Hey meine lieben Zuschauer aus dem Internet, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA 5 Online auf der PS4 mit der Crew zusammen. Und jetzt gibt es ein weiteres Video und viel Spaß beim Anschauen. So, ein schnelles Rennen für euch. Los geht's, wer kommt zuerst durchs Ziel? Ja, wer kommt zuerst durchs Ziel? Ja! Wie das aussieht, wie das Erste weiß ich nicht, keine Ahnung. Was, Elfter bin ich? Was? Elfter? Nein, auch diesen Elfter, der. Es geht einfach nur runter. Ja, ganz einfach. Erster doch! Oh, so viele Leute, geil! Wir haben das vorhin geprobt, da wurde ich nicht Erster, immer Letzter oder so. Geil! Wow, was für ein Rennen. Das muss man sich mal gönnen. Okay, das nächste Rennen kommt auch gleich. Aber zuerst machen wir ein Deadmatch. Zuerst ein Deadmatch. Kommt auch sein Rennen von Ronny. So, wir sind auch schon wieder da. Und wer ist alles mit dabei? Kauft euch alles, bitte? Dass ihr nicht alle, guckt, alle Bakure-Kleidung an. Schön Bakure-Kleidung anziehen. Das ist wunderbar. Wie der eine guckt, weil der eine nicht dabei ist. Guck mal, was für ein böses Gesicht hat. Der andere voll freundlich. Oh, wir werden wieder unter der... Oh! Ja, schön! Ah, wie schön die Welt ist, ja. Weiß ich ja. So, ich hab's hier verändert. Oh. Keine Waffen, egal. Zehn Minuten, abstechen. Abstechen. Naja. Durch den Wald und abstechen. Ich wollte eigentlich mit Waffen, aber egal. Pist. Toll. So, ich komme. Abstechen. Wie wir uns alle abstechen. Welt gewinnt bei diesen Deadwatchen. Mal schauen. Leute, hab ich die falschen Waffen genommen. Schade. Aber sieht doch cool aus, ne? So Bäume mitten auf den Pflastersteinen gewachsen. Das ist immer was Neues. Oh je, oh je, oh je. Ah, Tini hat schon wieder so viel. Pass auf. Wo sind sie? Wo sind sie? Kommt her. Geh da klauen, ja. Nur noch abstechen, ja. Das war auch mal was Neues, ne? Nur abstechen. Oh, komm her, komm her. Oh, oh mein Gott. Oh, okay. Ja. So, den, die Restlinge hole ich mir auch noch. Muss man ja nicht immer kugeln schießen, ne? Ja. Oh, komm her. Oh, komm her. Ja, geil. Oh, komm her. Oh, ich bin eine Führung. Geil. Ja, geil. Ich glaube, hier hat jemand Probleme. Komm, komm, komm. Wo seid ihr? Komm her. Alter, Alter, ist das hier? Zu viele Bakuras. Komm her, gar nicht mal hinterher. Guck mal, ich bin hinter dir. geht hier auf den Flair. Wo ist sie denn? Guck mal, der Baum schwebt in der Luft. Nein, 15 Stück hat Petro. Nein. Das ist zum Beispiel was ganz, ganz Neues. Komm her, komm, geht hier auf den Flair. Ich steche die ab. Ich steche die ab. Abstechen. Ja, komm her. Ja, geht auf den Flair. Ja, nein. Das ist doch der Hammer, ey. Der muss ja nicht immer umgehen, ne? Der muss ja nicht immer um Waffen gehen. Der geht auch handgreiflich. Abstechen. Ja, das ist unfair. Der Typ. Andi. Den kennen wir nicht. Der existiert nicht für uns. Nein, nicht abstechen. Da ist die Menge schon wieder. Wie über kurz tut, ey. Oh ja, das macht Spaß. Oh ja, das ist toll. Das ist mein Hobby. Ja, komm her. Nein. Oh je. 20 Stück hat der schon. Das ist unglaublich. Geht hier fünf Flair. Komm mal gar nicht mehr hinterher. Ja. 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 Nein. 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 Oh je. Wir sind in der Mitte. Ich komme. Ich komme, Leute. Ja. Nein. Nein. Oh. Im Hals hinten rein, ey. Im Nacken. Nee, komme ich gar nicht mehr hinterher. Da sind sie schon wieder. Nee, du stechst ihn nicht ab, Pedro. Den will ich abstechen. Das sieht aus. So hat jeder eine Chance, weil alle gleich sind. Niemand hat eine starke Waffe. Danach ein BMX-Rennen. Okay, zuerst, ähm, ähm, Ronny. Danach General Ceo. Und danach ich. Ja. Ach, ich habe ja noch das BMX-Rennen. Stimmt ja auch noch. Meinst du vielleicht das General? Ach so, stimmt hier. So, nimm das. Nimm das. Und das. Und das. Noch jemand hier? Ja. Da sind noch welche. Sie müssen fast zehn Stücken machen. Muss ich geil machen. Ah, abstechen. Zu viel abstechen ist das. So, fließt richtig viel Blut. Ach so, meins, meins. Okay, okay, alles klar. Zuerst Ronny. Weil alle kommen ja dran. Alle, die etwas haben, natürlich, dürfen natürlich auch. Da muss man aber nur schon ein bisschen vorher Bescheid sagen. Was komme ich hier? Einmal abstechen hier so, so ein bisschen. So, da, da. Ist doch hammergeil. Oh, eine Auszeichnung. Ab Sana. Ja, toll. Was habe ich davon? Würde ich mir gerne hier ums Regal stellen. Warum haut der ab? Hier bin ich. Er schlagt auch in der Luft. Nein, nicht alle. Nein. Oh nein, der hat schon 13 mehr. 14. Oh. Komm her. Tinny, komm her. Ja, ja, ja. Und du, 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 du bekannst. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier in der Lobby? Einer von euch, oder? Alle Bakura. Heute. Bakuras Familie. Ja, habe neues PSR. Ach so, PSN. Ah, okay. Aber nie Party machen, ne? Du hörst mich auch, oder? Ja, ja. Ich hoffe, du hörst mich. Musst du halt öfters bei uns mit reinkommen. Ey. Hat dir die Folge gefallen? Und möchtest auch gerne dabei sein? Dann schau, in der Videobeschreibung dort ist alles verlinkt. Wie man dabei sein kann. Wie man ein Teil sein kann. Wie die Regeln sind. Oder vieles mehr. Oder Kanal der Woche. Oder Abonnent des Monats. Da könnt ihr wirklich alles erfahren. In der Videobeschreibung. Oder wenn du Fragen hast, dann schreib. Hashtag DeadPictures. Und dann deine Fragen. Frage 1, Frage 2, Frage 3. Es können wirklich alle Fragen sein. Oder Pfandfragen. Und das findest du alles in der Videobeschreibung. Und jetzt kannst du abschalten. Bis bald.